Herzlich willkommen zu diesem Security Lab E-Learning für IT-Professionals. Wir werden in diesem Training deine Coaches sein. Das ist meine Unterstützung, eine KI. Wie lautet denn mein Lieblingsspruch? Kein MFA, kein Mitleid. Weißt du noch die typischen Unzulänglichkeiten, die die Angreifer in dieser Phase ausnutzen? Komm, wir machen eine kleine Übung dazu. Einfach ein neues Putty-Fenster starten, als Hostname 101030 eingeben und mit User-Administrator und Passwort anmelden. So, das war's schon wieder. Wir sehen uns.